Servus zusammen. Heute in der Folge geht es um das Thema, wer misst, misst, misst. Teil 1. In Teil 1 geht es um die Belichtungsprogramme der Kameras. In Teil 2 wird es dann um die Lichtmessmethoden gehen und in Teil 3 geht es darum, was eigentlich genau gemessen wird. Aber wir fangen vorne an, also mit Teil 1, die Belichtungsprogramme. Wir haben an den Kameras in der Regel die Buchstabenkombinationen P, A, S und M, das heißt auch manchmal P, T, V, A, V und M, plus noch eine ganze Reihe weiterer Piktogramme. Was bedeuten diese Abkürzungen, was steckt dahinter? P steht für Programmautomatik oder wie eine Kollegin von mir immer sagt, P wie probier es mal. Und manche sagen auch P wie Profi, sprich die Kamera nimmt uns die Entscheidungen für Verschlusszeit und Blende ab. Ich setze jetzt mal voraus, ein Bild zu belichten. Da spielen ein paar Parameter mit, nämlich zum einen, klar, ich habe eine ISO-Zahl, also eine Empfindlichkeit, die ist in der Regel voreingestellt, wenn ich nicht Auto-ISO verwende. Und dann habe ich eine Verschlusszeit, die Verschlusszeit bestimmt, wie lang das Licht auf den Sensor einfallen darf. Und ich habe eine Blende, die bestimmt, wie viel Licht, also durch die Öffnung, auf den Sensor fallen darf, während der Verschluss offen ist, beziehungsweise der Sensor aktiviert ist. Bei Programmautomatik bestimmt die Kamera sowohl die eine als auch die andere Größe. Das heißt, es findet zum Zeitpunkt, wo man den Auslöser antippt, eine Belichtungsmessung statt und dann stellt die Kamera nach ihren Algorithmen eine Verschlusszeit und eine dazu passende Blende ein. So weit, so gut, so weit, so schnell. Ich mache mal hier gerade ein Beispiel. So, ich habe jetzt hier so eine Blüte hier und ich mache mal jetzt ein Bild in der Programmautomatik. In der Programmautomatik, damit wollten wir eigentlich anfangen. So, so, Programmautomatik, zack. Und sie stellt uns eine 125 Sekunde bei Blende 2,8. Und das Bild ist in dem Fall korrekt belichtet, alles gut. Wenn ich aus irgendeinem Grund, auf den kommen wir später, die Blende vorwählen möchte, und dann gehe ich hier wieder in diesen Modus hinein, an der Sigma FP hier ist es die Mode-Taste und dann gehe ich auf den Modus. A, jetzt kann ich die Blende vorwählen. Ich wähle jetzt mal die Blende 4,5 vor. Die Kamera stellt mir eine 50 Sekunde, Entschuldigung, dazu ein. Ich mache mein Foto und das Ergebnis ist in Ordnung. Und würde ich, tue ich jetzt auf S gehen, das würde bedeuten, dass ich jetzt die Verschlusszeit vorwähle und dann wähle ich jetzt mal, na, sagen wir mal die 50, die wir eben hatten. Und oh Wunder, die Kamera stellt die Blende 4,5 wieder dazu ein. Ich mache mein Foto und diese drei Fotos werden sich in der Helligkeit überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Weil es ist herzlich egal, ob die Kamera beide Werte einstellt, ob ich einen der Werte vorwähle oder den anderen Wert davor wähle, äh, vorwähle, nicht davor wähle, sondern vorwähle. Die Kamera wird die gemessene Helligkeit immer gleich interpretieren und wird zu der entweder von mir, dem Fotografen, vorgewählten Blende oder Verschlusszeit die passende Gegenpaarung einstellen oder wenn man die Inprogrammaautomatik alles überlässt, eine aus ihrer Sicht heraus passende Kombination von beiden wählen. Die werden aber allesamt immer zur gleichen Belichtung im Bild führen. Warum ich mal die Blende oder mal die Zeit vorwählen möchte, denkt mal dran, das machen wir mal in einem anderen Beitrag, wo es um Tiefenschärfe und um Bewegungsunschärfe oder um das Einfrieren von Bewegungen geht. Heute soll uns das, das notiert, erst mal noch nicht interessieren. Mir geht es darum, dass die Kombination dessen, was ich jetzt hier eingestellt habe, nichts an der Helligkeit von dem Bild ändert. Das könnte passieren. Das könnte passieren, wenn ich zum Beispiel in einer Halbautomatik bin, Programmautomatik ist eine Vollautomatik und A und S, TV und AV, so heißt es glaube ich bei Canon und bei Nikon und Sony und auch hier bei der Sigma, heißt es eben S und M, S und A, A für Apache vorwählen, S für Shutter Speed vorwählen. SM war was anderes. SM war was anderes, da hast du recht. Hat er auch nichts mit Fotografie, kann er vielleicht mit Fotografie zu tun haben. Tatsache ist, aber M kommt auch noch, das ist dieser Manuel, den alle fotografieren. Ja, das heißt, wenn ich diese Kombinationen wähle und ich wähle einen unglücklichen Wert vor, dann kann es passieren, dass ich zum Beispiel, wenn es draußen sehr, 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 sehr hell ist und ich wähle eine Blende 2,8 vor, dass die Kamera selbst mit ihrer kürzesten Verschlusszeit bei der vorgewählten ISO das Bild nicht mehr kurz genug belichten kann, weil sie jetzt, sage ich mal, vielleicht eine 20.000 Sekunde wählen müsste, die sie nicht zur Verfügung hat, dann blinkt die Verschlusszeit und sagt, Kollege, du wählst hier gerade eine Blende vor, für die finde ich keine passende Verschlusszeit mehr. Man geht sie eben auf die kürzeste, die sie hat, wenn es zu dunkel ist, geht sie auf die längste, die sie hat und dann könnte es passieren, dass ich in einer Halbautomatik tatsächlich ein unter- oder ein überlichtiges Bild geschossen hätte, einfach, weil ich nicht aufgepasst habe und habe einen der beiden Parameter gewählt, für den die Kamera sagt, da gibt es keine passende Kombi dafür. Wir sind bei der Gelegenheit noch bei einer ganz anderen Sache angelangt, die nennt sich Reziprozitätsgesetz. Reziprozitätsgesetz heißt, dass es wurscht ist, in welcher Kombination ich dieses Bild belichte, also ob ich jetzt ein Bild, ISO-Zahl sagen wir jetzt meist festgelegt, von mir aus 100 ISO, ob ich jetzt ein Bild bei Blende 5,6 um eine 125. belichte oder bei einer 250. Das ist die Zeit genau um die Hälfte verkürzt und dafür die Blende um einen Wert, Blende 4, geöffnet habe, ändert nichts an der Belichtung. Ja, es passiert was mit der Tiefenschärfe im Bild, es geschieht auch eventuell was mit der Bewegungsunschärfe im Bild, aber die Belichtungsmenge, die auf das Bild gelangt ist, die ist gleich. Reziprozitätsgesetz, kann man sich mal merken, an der richtigen Stelle eingesteuert, macht einen guten Eindruck. Stammt nicht, ganz so eine Sache. Und vor allem fragen Jura-Studenten, hast du schon was vom Reziprozitätsgesetz gehört? Der fängt dir mit Sicherheit an, was zu erzählen. Also, das zu dem Thema, was sind die Buchstaben? Jetzt kommt noch eine Sache, da gibt es noch diese grüne Welle. Grüne Welle erkennt man immer ganz schnell im Workshop daran, wenn man sagt, macht mal hier ein Foto und jemand hält die Kamera und sagt, klappt und der Blitz klappt oben raus. Ah, alles klar, grüne Welle. Inzwischen gibt es auch grüne Welle ohne Blitz. Ich nehme an, dass das auf Drängen von Museen und Theatern mal irgendwann entstanden ist. Wenn dann irgendwo steht, bitte nicht blitzen. Und die Leute sagen, ich habe ja nichts gemacht, aber die blitzt automatisch. Programmautomatik, deshalb inzwischen auch grüne Welle ohne Blitz. Die grüne Welle ist im Grunde eine Programmautomatik, die sich aber um noch mehr kümmert. Da werden dann auch noch andere Parameter umgestellt, auf die man dann so weit gar keinen Einfluss hat. Viele Menüeinträge werden dann auch noch ausgeblendet. Davon wollen wir bitte weit weg. Und dann gibt es noch die Piktogramme. Und bei den Piktogrammen kann man dann wählen, Sportler, Landschaft, eine Blume gibt es glaube ich mit dabei, Kinder, alles mögliche an Piktogrammen, habe ich da schon gesehen. Porträt gibt es dann auch noch. Ich frage mich immer, was muss ich einstellen, wenn ich ein Porträt von einem sportlichen Kind machen möchte. Also sprich, was steckt da dahinter, was passiert da, das würde ich dann in dem Beitrag nochmal aufgreifen, wenn es um diese Zusammenhänge von Blende und ISO und Verschlusszeiten geht. Und dann kommen wir mal darauf zurück, dass es diese Idee, motivbedingt hier eine Einstellung vorzunehmen, die gab es schon ganz, 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 ganz früh, schon in den, ne, das weißt du nicht, da war es so glaube ich noch gar nicht auf der Welt, Minolta 7 XI damals, da gab es Speicherkarten zu kaufen. Und da war dann so ein Schnellboot vorhin drauf, das war die Sportkarte, die hat man dann hier neben aufgeklappt und hat das reingesteckt. Wir reden noch von analog, wir haben auch Film fotografiert, aber haben eine Speicherkarte neben reingeschoben. 49 Mach 95 hat so eine Karte gekostet, weiß ich noch wie heute. Und damit hat man der Kamera gesagt, was man jetzt fotografieren will, und die hat gewusst, ey, da bewegt sich jetzt was schnell, ich mach mal die Verschlusszeit kurz. Ob das aber immer die richtige Entscheidung ist, um dem Bild den Eindruck zu verleihen, den man will, das wird, wie gesagt, dann Bestandteil dieses anderen Videos. Für heute soll es das mal gewesen sein für die Belichtungsmethoden. Im nächsten Schritt kümmern wir uns drum, wo die Kamera überhaupt misst, wie hell das Bild ist und das dann dazu führt, welche der Kombinationen sie einstellen wird. Wenn Sie das interessiert, dann einfach den nächsten Beitrag auch noch anschauen. Ich freue mich, bis dahin, gut Licht. Da kommen die Fragen, was? Nee, ich habe mir gedacht, wir machen jetzt drei Filme, da müssen die nichts mehr fragen, jetzt die Leute, weil da kommen ja jetzt drei Themen. Aber natürlich, wenn Sie sagen, dieses Thema interessiert mich jetzt überhaupt nicht, aber was ganz anderes würde mich brennend interessieren, dann schreiben Sie in die Kommentare oder schicken Sie mir eine E-Mail an, fragdenbauer-foto.de, dann werden wir das, nachdem wir die beiden nächsten Folgen abgedreht haben, dann auch gerne aufgreifen. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss.